Am Mikrofon begrüßt Sie Jonathan Schulenburg. Schon seit es Kriege gibt, gibt es Menschen, die darüber berichten. Das war schon bei den alten Griechen so und hat sich bis heute nicht geändert. Dass es in Kriegszeiten besonders schwer ist, überhaupt von vor Ort zu berichten und dann auch noch neutral zu bleiben, gehört zu den größten Schwierigkeiten eines Krisenreporters. Im Irak war es in den letzten Jahren besonders schwer. Im nordirakischen Mosul kursiert zum Beispiel eine Todesliste unliebsamer Journalisten. Enno Heidmann war erst vor kurzem im Irak. Er ist freier Journalist und berichtete in den letzten Jahren häufiger aus Afghanistan, dem Irak, Syrien oder der Ukraine. Hallo Herr Heidmann. Hallo aus Hamburg. Sie waren ja in Kirkuk im Nordirak im Kurdengebiet, also zwei Kilometer von der Front, also vom IS entfernt. Was haben Sie da eigentlich gemacht? Der ursprüngliche Gedanke war, dass ich aus Niedersachsen einen Deutschkurden, einen jungen Deutschkurden begleitet habe, der tatsächlich von Deutschland in den Nordirak gegangen ist, um dort an der Seite der Peschmerga zu kämpfen. Und ja, es hat sich dann einfach so ergeben, dass wir dann dort auch an dieser Stellung just zwei Kilometer in Entfernung vom IS auch gelandet sind. Wie fühlt sich das an, wenn man da zwei Kilometer vom IS entfernt ist? Es ist schon ein sehr seltsames Gefühl, zumal, wenn man mit dem Fernglas tatsächlich in die Ortschaften reinschauen kann, die Fahne wehen sieht vom IS und dort auch Fahrzeugbewegung Personen sieht, dann realisiert man eigentlich erst einmal, dass man gar nicht so weit weg ist dort vom Terror. Ja, ganz blöde Frage da eigentlich. Warum machen Sie das dann überhaupt? Mir wird immer wieder die Frage gestellt und ich weiß eigentlich nur die eine Antwort. Irgendeiner von uns muss ja die Geschichten erzählen. Und ich fühle mich da einfach irgendwie immer so wieder berufen, in diese Gegenden zu fahren, zu reisen und von dort aus die Geschichten mitzubringen. Muss man da eigentlich wirklich ein Draufgänger-Gen haben, um überhaupt in solche Gebiete zu gehen? Das wäre, glaube ich, der völlig falsche Weg, wenn man als Draufgänger sich in unsichere Gebiete begibt. Und es ist wohl eher so, dass man doch schon bewusst mit einem klaren Gedanken dort in diese Gegenden reisen muss. Also der Irak ist ja auch eher ein sehr gefährliches Pflaster für Journalisten. Wie ist das, wenn man weiß, ja, Journalisten sind da gestorben, getötet worden. Wie verhält man sich da als Journalist? Das beginnt ja im Prinzip schon zu Hause in Deutschland, indem man seine Reisen vorbereitet, indem man Kontakte akquiriert, um die Reise möglichst sicher zu machen. Eine absolute Sicherheit gibt es nicht, das wissen wir alle. Aber es gibt zumindest Kriterien, die ich im Vorfeld schon mal ausschließen kann. Ich kann mich mit entsprechendem Equipment vorbereiten. Und weil man natürlich in einer anderen kulturellen Umgebung ist, muss man natürlich auch gewisse Dinge bedenken und auch Rücksicht nehmen, wenn es zum Beispiel dann um Bildaufnahmen von Frauen geht und so weiter, dass man sich nicht unbedacht in irgendeine Gefahr begibt. Wie war es jetzt bei Ihrer letzten Reise? Konnten Sie sich da frei vor Ort bewegen, überall hin? Es verlief tatsächlich so, dass wir, also mit wir meine ich meinen Protagonisten und mich, konnten wir uns tatsächlich sehr frei bewegen, obwohl wir quasi bei den Peschmerga embedded unterwegs waren. Es lag auch daran, dass er aufgrund seiner kurdischen Herkunft Kontakte mitbrachte, die uns oder mir letzten Endes dann bei der Recherche unheimlich geholfen hat. Und das war eine Geschichte, die hatte ich im Vorfeld noch nie so in dem Umfang. Das war jetzt das erste Mal, dass ich sehr frei arbeiten konnte und auch Wünsche äußern konnte, wenn es um bestimmte Aufnahmen ging. Sie haben gerade gesagt embedded, also quasi eingebettet beim Militär oder in dem Gebiet. Da führt ja eigentlich kein Weg mehr vorbei oder verliert man da nicht auch seine Neutralität? Grundsätzlich führt dieses Thema immer wieder zu heißen Diskussionen unter den Kollegen. Das ist richtig. Jetzt in diesem Fall war es so, dass ich tatsächlich frei alles bis auf kleine Abweichungen machen konnte. Ja, dieser Bereich embedded Journalism oder embedded zu arbeiten, birgt schon die Gefahr, dass man in gewissen Dingen eingeschränkt wird. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz muss man sich halt einfach auch überlegen, wenn ich eine Recherche beginne in einem so unsicheren Umfeld, wie kann ich meine eigene Sicherheit gewährleisten? Und da muss man sich die Frage stellen, kann ich das embedded? Wenn ja und die Recherche, das Ergebnis auch nicht verfälscht oder gefährdet wird dabei, dann denke ich, ist das auch ein legitimes Mittel, um sich selbst zu schützen. Alles andere wäre dann schon zu risikoreich und davon rate ich dann auch persönlich eher ab. Sie sind jetzt auch schon ein bisschen länger dabei und haben jetzt auch einen Verein gegründet, Verein für journalistische Aufklärung in der Kriegs- und Krisenberichterstattung. Der soll jetzt vor allem auch freien Journalisten helfen. Wie soll das genau ausschauen? Wir haben uns in einem kleinen Kreis 2015 zusammengesetzt und überlegt, wie wir vor allem jungen Journalisten eine Stütze sein können, haben dann den Verein gegründet. Wir haben die Säulen Sicherheit, Recherche und Netzwerk und diese drei Komponenten sind so ineinander verzahnt, dass man den Kollegen oder den vor allen Dingen jungen Kollegen direkt vor Ort auch eine Hilfe sein kann. Gutes Beispiel war, dass ich auch aus Russland eine Anfrage bekam, die im Kosovo eine Recherche begann und dort keine Kontakte hatte. Wir haben das dann von Hamburg aus vermittelt. Ja, der Erfolg hat es einfach gezeigt, dass die Kollegin einen tollen Beitrag mit nach Russland brachte. Und so soll es auch von hier aus, auch von Deutschland aus sein. Junge Journalisten, die haben leider nicht die Möglichkeit, weder im Studium noch im Volontariat oder redaktionell in gewisser Art und Weise oder Umfang aus- oder weitergebildet zu werden. Das gestaltet sich oftmals etwas stiefmütterlich und wir haben uns gesagt, wir möchten da ein Pendant anbieten, um Interessierten zumindest einen kleinen Einblick zu bieten, auch im praktischen Bereich. Enno Heidmann war das freier Journalist, der erst vor kurzem aus dem Irak zurückgekommen ist. Vielen Dank für das Gespräch. Viele liebe Grüße nach München. Wenn Sie mögen, wieder nächste Woche um 14.05 Uhr auf B5 Aktuell oder im Podcast auf unserer Homepage b5aktuell.de slash Medienmagazin. Die Redaktion hatte Sissi Pitzer. Am Mikrofon verabschiedet sich Jonathan Schulenburg.